Wobei, eigentlich habe ich keinen Fehler gemacht. Eigentlich hätte ich das lassen können, wo es ist. Ich muss nämlich nur hier so eine Treppe als Anschluss dran bauen. So. Na, grab da mal weiter. Gib mal dem Reparaturauftrag ein Hör. Oh, der ist schon fertig. Auch gut. Das war nicht so beabsichtigt. Das ist ein interessanter Bug. Ah, ich kann das Ding nehmen. Ach, es ist ein ganz normaler Stein jetzt geworden. Okay. 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 So. Ja, bauen wir mal so rein. Oh, ich kann das Ding nehmen. Ja, die Bodenarbeiten hier sind ein bisschen blöd. Da muss ich mal ein bisschen zwangsabreißen halt. So, du lagerst das mal ein. Ich glaube, es ist immer das. Genau, du standest den anderen einfach nur im Weg. So, und jetzt gehst du auch wieder an die Arbeit. Ach, wieso sammeln die jetzt Schwefel ein? Die Kai ist manchmal sehr komisch. Nimm mal das Schwefelding weg. Nein, ich habe doch hier oben Bauaufträge gesetzt. Können sie aber gerade nicht erfüllen. Na, jetzt sollte es wieder etwas besser klappen. Hoffe ich jedenfalls mal. Oh, die nächste Welle ist gespawnt. Und da kommt sie auch schon. Also zu den Waffen, bitte. So, hoch mit euch. Wo kommst du hier rüber, bitte? Oh, da kommt einer von da oben. Das ist nicht so gut. Oh, ich habe zwei Tote. 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 Hmm. Ich sage, aufräumen. Hier. so sage ich mal zurück zur arbeit auch wenn da noch zwei korrupt ranz rumwuseln sie brauchen eine weite bis sie sich rausgehauen haben okay ach so ja zu den waffen macht ihr da platt bitte und dann zurück an die arbeit du auch bitte so äh wo ist der korrupt ranz ich sehe ihn auf der map aber ich sehe ihn gerade nicht ah er haut meine tür ok ok ich bin mal gespannt wann die wieder respawn weil ich sehe sie da rumfliegen wäre auch schön wenn sie es beitun würden so eine tür ok 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 und ja langsam sieht das hier auch endlich mal soweit platt aus dass ich ordentlich bauen kann ok 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 Friday Candy normalen Noten. Jedenfalls hier so. Ja gut, da mache ich noch eine Dings, aber hier reicht eine L-Note. Ich wäre euch echt mal dankbar, wenn ihr die Steine aufräumen würdet. So, nächster Schritt. Hmm. Nix. Hä, wo habe ich mich wieder vertan? Ich weiß schon. Ich weiß schon. So, nächste Welle. Das heißt, ich plane das zwar schon, aber mach mal zu den Waffen.